Ja und das ist kostenlos, das sind ja die Playtests sozusagen, ja im Bahnhof, wir müssen... Seid ihr schon drin? Ja. Du nicht? Ich hab noch Synchronizing. Okay. 94% aber schon seit Ewigkeiten. Mist. Was ist denn hier los? Warum hab ich so ein Legspawn jetzt? Tja. Extrem ungewohnt. Da musste ich glaube das Spiel neu starten, dann ging es irgendwie. Ich warte mal noch 20 Sekunden und sonst mach ich einmal all der vier. Wir warten einfach hier auf dich. Da tut sich nichts mehr. Ich brauch ganz halt gelben Ping. Einen gelben Ping hab ich auch, aber... Ach guck mal, der hat so eine OFZ-Stelle. Brauche ich auch noch zwei. Stahli! Herzlich willkommen! Ja, da brauch ich auch noch zwei, aber eigentlich kann man die auch im Hight-Auto kräften. Kannst du bauen, ja. Ja. Da ist mir eine Militärbatterie, ist es da... Kann man die eigentlich auch kräften? Ja, ne kannst du nicht. So? Es war so Wahnsinn, ich hab alles weggeworfen, damit ich überhaupt nicht bewegen kann. Und bin da zu D2 geschließen mit dem Ding, das war echt ohr. Oh, Mist. Deswegen hab ich immer einen Mule dabei. Ich hab's aber auch nur jemanden abgenommen. Echt? Ja. Ah. Ja, wo waren wir denn hin? Na, wir müssen in den Bunker runter. Ja. Wollen wir ja gerade drauf zustürmen. Ja, wir können ja hier in das erste Gebäude da direkt rein, wo der Eingang ist. Bunker meinst du? Ne. Ne, hier die Transport... Äh, die... Die Warenannahme, sag ich mal. Ach, die Bunker. Naja, die müssen rüber ins Medizinhaus und da runter. Ja, genau. Medizinhaus und da runter. Ja. Da kann ich im Medizinhaus gar nicht gleich oben die Türen aufschließen. Dann können die die Dinger mitnehmen. Ja, ich hab's schon. Da hast du das schon gemacht? Ja, ja. War jetzt irgendwie verdammt ruhig hier, ne? Ja. 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 Gleich schießt man wieder einer am Rücken da hinten. Wie vorhin. Ja, wollen wir hier direkt rein oder was? Ja. Äh, Benji, soll ich dir oben aufmachen? Wenn wir hier sind, kann man das einschleisch machen? Ja, ne klar. Na klar. Entweder klappt's oder es klappt nicht. Eben. Ja. Achso. Ich geh nach oben. Ich bin oben. Ich bin oben. Ich komm hinterher. Ich brauch... Ich weiß jetzt aber nicht hundertprozentig. Was ist das innen? War in so einem Regal drinnen, ne? Ja. Und eins unten auf der Erde irgendwie. Wenn ihr was zu trinken findet, ich brauch's unbedingt sonst. Ich sag Bescheid. Äh, eins müsste hier irgendwo liegen. Zwischen den Regalen, glaub ich. Ja, hab's. Hab's. Seid ihr das oder dreht sich hier unten einer? Hier läuft doch einer, oder? Ich lauf gerade hinter. Okay, ich bin hinten im letzten Raum. Ich bin neben dir. Okay. Nichts zu bringen, wir gefunden gar nichts. Ja, das muss ich hier liegen, ne? Das war hier im Regal, ne? Ah ne, hier in dem Regal irgendwo. Sub, 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 Sub. Hier unten dreht sich ein Skeff genau. Alter, Welt. Weltklasse. Habt ihr geschossen? Nee. Das ist nebenan. Rennt ihr? Ich bin... Ja, ich... Treppe, Treppe. Das ist nebenan in dem Gebäude. Na gut, das geht uns hier eigentlich nichts an. Wir müssen runter. Wir müssen runter. Dann lass das doch machen, oder? Mhm. Ich komm, Treppe runter. Mhm. Kennt einer den Weg von hier? Na ja, klar. Ich bin mir hier immer unsicher. Rechts, rechts rum. Rechts rum. Ja, was ist noch? Ach ja, hier war es, genau. Hast du diese Quest? Ich hoffe mal, ob das jemand schon angemacht hat. Und gut, wir können dann auch anmachen, ne? Den Strom. Wenn wir eben mal da unten sind. Ja. Ja, ich hab wie gesagt, die hab ich immer gemacht. Ich bin in jedes Gebäude von außen einmal rein. Bis an die Bunker-Tür und bin wieder abgehauen. Hier müssen wir hier runter, ne? Ja, hier runter. Unten ist jemand. Das Minus. Okay, cool. Während der Matze sich labt, werden dort Menschen erschossen. Aber so war jetzt keiner von uns, oder? Ne. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich weiß nicht, ob es ein Scaf war oder ob es ein Player war. Wollen wir gleich finden. Gleich noch Scaf. Guck mal, hat man ja... Ne, vielleicht ein Bär. Keine Ahnung, sehen wir gleich. Weiter höre ich nichts. Wo war der? Habt dann schon... Hier unten. Achso. Ja, der liegt da unten. Der liegt da, der liegt da. Okay, er hat da noch einen Kamerad. Ich hatte eine Granate. Soll ich, ne? Mal zerrennen. Mal zerpusht. Ja, so Minus. GG. Danke. Ja? Achso, GG. Ist wieder wenn Benji vorstellt. Hat geklingelt. Oh, Level 7. Da tut mir jetzt leid. Mit einer Packer. Na ja, was muss? Das muss. Der hat noch eine Halbmaske found in Raid. Oh ja, geil. Und sonst aber auch nichts. Oh, der Arme, ey. Na ja, kriegt sein Zeug doch wieder. Nimmt doch keiner mit. Nö. Bestimmt. Wenn der es versichert hat. Da mussten wir. Ja, ja. Da mussten wir alle durch. Ach so, warte. Was? Schon ein Flugzeug? Na ja. Wir müssen aber jetzt hier gucken. Ne, ne. Ich sag's nur. Wir werden gleich nicht mehr hören. Das will ich damit sagen. Achso. So, wir müssen. So, wir müssen. Das kann für uns zu Vorteil sein, ne? Ja. Links durchs Wasser. Da ist Level 13. Ne, gut. Man sieht nicht aus, den 13 war schröpfig. Hat geklingelt? Hat geklingelt? Sorry. Vielleicht stößt einer wie von der Rang. Hier ist doch eine Tür auf. Fling aus. Ich bin rein. Ich bin schlau. Ich bin freig und frei hier irgendwo. Und links rum Benji. stehen im weg noch alles gut ich glaube links da waren wir schon wir müssen jetzt hier runter runter und dann links hoch die treppen hoch ich hab nichts gehört ich war mir gerade nicht sicher aber das war weil ihr schon im treppenhaus es war für mich noch nicht hat sich gerade komisch angehört jetzt dreht er sich hier um kreise so jetzt hier durch die tür links hat sie klingelt so und jetzt musste die rampe noch mal runter direkt die stahltreppe hoch ja genau die stahltreppe hoch und dann oben kurz durchschnöger und das war's dann ich habe gerade connection problem ok ist direkt die rampe runter und gleich die stahltreppe hoch du läufst ja gerade strom ist strom ist noch nicht an strom machen ich dachte jetzt hast du dann wenn wir glück haben kommen noch ein paar raider ich brauche noch den exit ich bin hier oben an der treppe macht ihr strom an ich dachte eigentlich es war ein aber ne ja ich hab alle ok dann müsste ich auch alle haben ne ja anzunehmen ja ich geh mal strom an machen ja ist glaube ich nichts los da unten trotzdem vorsichtig haben wir noch ein bisschen looten oder waren wir raus ich will raus eigentlich ok ich hab lieber einmal mehr fragen und jetzt noch so einen schönen exit camper das wäre doch geil ich habe alle drei auf einmal man muss echt jeden scheiß mitnehmen das ist jetzt doch tatsächlich so eine drecksau so ein hurensohn ich habe keine munition gibt mir rückendeckung ok einer halbe bitte so ein panel einer ist minus einen habe ich einer müsste noch links sein warte ich muss mich mal ich muss mal schwerer blutung mal stillen ja man was habe ich das falsche genommen solche assis alter solche huren söhne alter ich halte die tür ja ihr könnt euch heilen danke scheiße er hat nicht mal flaschett nachgeladen er hat die express ach scheiße ich bin mir nicht sicher ob es nur einer oder zwei waren also ich habe einen mit helm getroppt aber ich glaube ich habe auch einen ohne helm gesehen ich glaube ich habe nur einen mit helm gesehen ich glaube der war nein ich bin ja auch nicht sicher muss man vorsichtig sein ich will mich mal kurz flicken dann pushen wir rein in die drecksbude ich habe halt auch ein schwarzes bein ja alles gut klippt ihr euch Maximus die Drecksauer solche Dreckschweine das kann das sind halt auch sehr ungünstige oben drauf ne ja auch das kommt auch noch dazu aber du siehst ja die hängen alle hier hinten ich hätte ich hätte ihm vielleicht doch schon früher getroppt aber Matze ist ihm immer wieder in den Schuss gelaufen naja ich musste ja mogen du bist immer links und rechts gemoopt und ich habe immer links und rechts versucht an dir vorbeizuschießen vielleicht habe ich auch eins von deinen beinen schwarz geschossen das werden wir nachher sehen weil ich habe eigentlich nur auf der höhe von beinen geschossen Dave war glaube ich auch nur einer wollte ich auch sagen so ich flicke mich und nehme mich in den Sim und push da rein in die Drecksbude ja du hast ja nichts zu verlieren nicht ne ich muss ja bloß zum Exit raus ich habe jetzt nichts was ich brauche so ich wäre fertig lad noch Knarre nach und dann so kann losgehen warte mal ich will erstmal meine Kniffe leer schießen ich will Flachettis rein laden ich will Flachettis rein laden ich habe hier irgendwo boah ich habe hier irgendwo boah 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 gerade ich habe mir noch ein Stim reingezogen und Server Connection lost was ja warte da müssen wir sie stecken ja was ist los ey ich habe seit zwei Jahren kein Disconnect mehr gehabt mach jetzt mal das Brett zu ich glaube auch der ist hinüber Leute ich glaube der ist hinüber also den einen da haben wir auf jeden Fall den ich glaube den habe ich oder vielleicht auch Matze ich habe auch keinmal gehört dass er sich geflickt hat ne und der andere hat auf jeden Fall also wenn es zwei waren hat er auch Hits bekommen warte mal bis er wieder da ist Matze ja ne es ist keiner da hier ich bin schon drin ich bin am Laden dann loote den mal den Kollegen na ich habe ihn nicht erschossen warte mal guck mal wer ihn erschossen hat ja du ich nicht hast du gerade nochmal hier reingeleuchtet Matze zu uns kann schon sein dass ich mich umgedreht habe ok ok hier war gerade Taschenlampenlicht lustig du hast keine Magazin in der Waffe ja wär ich ja jetzt fehlts Magazin echt jetzt ja ok sollte jetzt eigentlich wieder da sein wolltest du es wechseln und hast dann ein Disconnect gekippt ne ich habe mir einen Stim reingezogen aha hä ich habe echt kein Magazin in der Waffe wieso ist denn kein Magazin drin oh scheiße ich muss raus meine Energie stoppt ne wir sind da wir kommen mit ok ich bin ja hinten in unserer Kammer noch looten wir können schon durchrennen oh ich hol mir noch schnell die UMP von dem Typen hier mit von dem Köter kannst du ruhig sagen die Köter ey die Ratte dieser elende Dorfköter der hätte was zu essen und was zu trinken oh essen ist gut im Rucksack sehr nice komm ich vor schon vorne beim Exit oder was nicht erschrecken nein ich bin hier hinten in dieser ah ok das meintest du die Ludeck ich bin nämlich schon mal nach vorne ich bin äh da wo der Staffel weg ist und die Zwerg ja Junge hat der viel FFJ-Munition dabei warum braucht man das äh für die UMP ja für die UMP sorry ich hatte Denkfehler so ich komm dann jetzt auch zum Exit runter ja mhm oh essen mal guck den Stim hat er sich auch gar nicht mehr reingezogen hm ich bin Rucksack will keiner mitnehmen man will den doch so haben dann bedanke ich mich oh ey oh ey ey guck mal hier oben geh mal die Treppe hoch da liegt einer ja die Ratte war ne alter mit einer Schrollflinde liegt ja einer tot ja ja das ist Chopper das ist Chopper Chopper Chin Chopper müsste das sein weil der den ich getroppt hab der hatte alter diese das ist doch nicht mehr normal oder äh ich hab gedrückt ja 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 taucht ne meines verpackt mach hier mal die Tür zu hm ach stimmt der macht doch keine Geräusche im Moment ne oh ey diese Penner alter das gibt es doch nicht also ich hab drei Dogtags so raus erzähl doch nicht runter es ist irgendwann gleich weg achso okay naja nice GG vielleicht war der gerade fertig mit looten wollte gerade zurück und hat dann euch gehört vielleicht naja das ist möglich möglich ja aber der hier hinten war definitiv glaube ich dann nicht mehr am looten ne ich hab einen erschossen BV also ich hab zwei wo hab ich denn einen erschossen? ach ja ja stimmt da unten im Wasser genau stimmt hab ich ja schon im Wasser den krass ich hab auch am Wasser den einen und dann hier diesen Chopper Chin Chopper 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 Chop Chopper Chups Joga dasigne ich dir die